Asymptoten bei Schaubildern von Exponentialfunktionen. Schauen wir uns die ersten drei Beispiele kurz zusammen durch. Ich habe auch schon ein bisschen was markiert. Erste Funktion 0,5e hoch x, das ist das Schaubild hier. Offensichtlich haben wir hier eine Annäherung an diese waagrechte Gerade, an die x-Achse, und zwar im Schaubild nach links. y gleich 0 ist die Gleichung der waagrechten Asymptote. Waagrechte Asymptote, Asymptote ist ein anderes Wort für Näherungsgerade. Nächstes Beispiel, e hoch minus x plus 1, Schaubild dazu, und wir haben offensichtlicherweise eine Annäherung an diese waagrechte Gerade, die ja die Gleichung y gleich 1 hat. Drittes Beispiel, e hoch minus x plus x, da haben wir eine Annäherung an diese schiefe Asymptote hier, die die Gleichung y gleich x hat. Wenn ihr euch die drei Beispiele und das, was ihr hier grün markiert habt, anschaut, werdet ihr schnell eine Regel entdecken, wie ihr ausgehend von dem Funktionsterm gleich auf die Gleichung der Asymptote kommt. Wenn ihr es euch anschaut, das ist doch im Prinzip gerade diese hinteren Summand, der Summand oder die Summanden, das können auch mehrere sein, eben nicht der e-Summand. Hier unten im Merksatz steht es auch nochmal schön drin. Wenn ihr so einen Funktionsterm habt, so eine e-Funktion, dann bildet dieser Teil die Gleichung der Asymptote. Dann ist nur noch die Frage, also das heißt, zukünftig werdet ihr öfter Aufgaben kriegen, dass ihr halt den Funktionsterm bekommt, dann könnt ihr sofort sagen, okay, der Teil ohne e, das ist die Gleichung der Asymptote. Was ihr noch dazu sagen müsst, ob die Annäherung links im Koordinatensystem oder rechts stattfindet. Beim ersten Beispiel war es nach links und bei den anderen zwei war es nach rechts. Woran liegt denn das? Naja, weil ich hier halt eben e hoch x Funktionsterm habe, der standardmäßig so läuft und hier ein e hoch minus x bei den beiden anderen Funktionen. Also das heißt, bei normalen e hoch x habe ich immer eine Annäherung links und bei e hoch minus x immer eine Annäherung rechts. Okay, damit ist, denke ich mal, könnt ihr die Aufgaben gut machen. Hier unten ist so noch so eine schwierige, so ein Spezialfall dargestellt. Ihr seht schon, das ist der Funktionsterm. Der ist anders aufgebaut, der besteht nicht aus so einer Summe, sondern das ist so eine Produktstruktur, 3 mal 1 minus x mal e hoch minus x. Was hat man denn da für eine Asymptote? Da kann man nicht einfach sagen, ich lasse die Summanden weg, die kein, oder ich lasse den Summanden mit e weg, dann restbildet mir die Asymptote, weil ich ja eine Produktstruktur habe. Ja, ich habe einfach mal einen y-Wert ausgerechnet. Ich bin zu 100 gegangen und habe mal überlegt, was kommt denn da als y-Wert raus? Ich habe 100 eingesetzt, also 3 mal 1 minus 100 mal e hoch minus 100. Ja, dann haben wir, könnte man ja sich überlegen, okay, also hier dieser Faktor, der möchte ja, wenn ich eine Zahl einsetze, dann auch eine, also wenn ich eine positive Zahl einsetze, eine starke negative Zahl zurück, minus 99. Aber, wenn er hier hinten noch in den e-Term die 100 einsetzt, dann kommt ihr auf 3,72 mal 10 hoch minus 44. Also eine ganz, 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 ganz kleine Zahl, bei der das gerade egal ist, ob die mit 100 multipliziert wird. Das strebt einfach insgesamt gegen 0. Das heißt, was ich damit sagen will, das langfristige Verhalten von der Funktion ist das gleiche, wie wenn diese ganzen Faktoren hier gar nicht da wären, weil die e-Funktion einfach so dominant ist. Und wenn ich eine e-Funktion habe, die vom Schaubild her einfach so verläuft und sich nach rechts der x-Achse ernährt, dann nähert die sich auch nach rechts der x-Achse an, wenn da noch andere, selbst wenn hier ein hoch 2er und hoch 3er noch wäre, wenn das ein starker Polynomanteil wäre, wird sich der e-Faktor trotzdem durchsetzen. 1. Vielen Dank.